Ich rufe jede halbe Stunde an und halte dich auf dem Laufenden. Eine packende Geschichte erleben sie in Heinches neuestem Filmabenteuer. Heinche, mein bester Freund. Du bist der Größte. Verdient so ein Rennfahrer nicht eine Menge Geld? Ja, Geld war immer genug da. Und dann hilft er dir nicht, wenn du Geld brauchst? Tja, zu komisch, wenn du den Moralprediger spielst. Zum Küssen. Hier. Drei Briefe an meine Mutter. Die steckst du in Ferienlager, in einen Briefkasten. Aha. Natürlich nicht all auf einmal. Ich habe das ganze Grundstück an eine Versicherung verkauft. In drei Monaten, da kommen die Bagger und reißen alles ab. Was hast du eigentlich vor? Kannst du schweigen? Ja, ich auch. Ganz schön frech, dein Sohn, ne? Dein Sohn. Dieser Film erfüllt alle Wünsche. Ja. Vielen Dank. Yes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017